Willkommen bei Centis. Neben der Verarbeitung von Früchten hat sich Centis auch auf die Veredelung von Mandeln, Nüssen und Cerealien spezialisiert und ist heute führender europäischer Hersteller von Marzipanrohmassen und Cerealien für die Milch-, Back- und Süßwarenindustrie sowie Partner für den Handel. Der zweite Produktionsstandort in Aachen dient ausschließlich der Herstellung von Marzipanrohmasse, feinen Süßwaren und Veredelung von Cerealien. Auch die Herstellung der Centisrohmassen und Süßwaren unterliegt der strengen Centis-Qualitätspolitik. Als ebenfalls IFS-, BRC- und FSSC-zertifizierter Betrieb bestehen auch dort höchste Ansprüche an unsere Rohwaren, Mitarbeiter und Lieferanten. Auch bei der Herstellung der Süßwaren führt der Weg der Rohware zum Endprodukt über zahlreiche Prüf- und Kontrollverfahren. Bereits bei Wareneingang werden alle Rohwaren umfangreich geprüft. Nur einwandfreie Rohware findet den Weg in unsere Produktion. Für die Herstellung der Marzipanrohmassen werden die Mandeln nach erfolgter Freigabe sortiert, gebrüht, geschält und nochmal selektiert, bevor sie dann fein zerkleinert und mit der gesetzlich vorgeschriebenen Menge an Zucker vermischt werden. Mittels eines speziellen Walzvorgangs erhält die zerkleinerte Mandelmasse eine besonders feine und geschmeidige Struktur. Daran anschließend wird die sogenannte Marzipanrohmasse, kurz geröstet und in Blöcken verpackt, einem mindestens 14-tägigen Reifeprozess unterzogen. So kann sich das volle Mandelaroma bestens entfalten. Ein Großteil der Marzipanrohmasse wird ab diesem Zeitpunkt an die weiterverarbeitende Back- und Süßwarenindustrie geliefert. Der andere Teil wird bei Centis zu köstlichen Marzipanspezialitäten oder feiner Backzutat für den Endverbraucher verarbeitet. Durch die Veredelung der Rohmassen mit Staubzucker entsteht das bekannte Centis Marzipan in verschiedenen Qualitäten. Pur, mit Nougat angereichert oder feinem Fruchtgeschmack verfeinert, mit Schokolade überzogen oder fein mit Kakao gepudert, entstehen dann kleine Köstlichkeiten wie Edelmarzipanhappen, leckere Marzipanbrote oder köstliche Marzipankartoffeln oder Eier. Auch hier garantieren hochautomatisierte Herstellungsprozesse eine schnelle und qualitätsschonende Verarbeitung. Neben dem bewährten Know-how um die Herstellung von Marzipan, veredelt Centis seit 2005 auch vielfältige Cerealien. Als führender Lieferant von Fruchtzubereitungen für die weiterverarbeitende Industrie bieten wir so eine breite Palette an verlockend knusprigen Zutaten für innovative Produktkonzepte. Ob als krosse Zugabe im Zweikammer- oder Top-Cup-Becher in der Milchindustrie, als knackiges Topping auf Backwaren und Eis oder als leckerer Knabberspaß für den Endverbraucher. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig wie die Produkte selbst. Unsere Produktentwicklung sorgt mit vielfältigen Formen, Farben und Geschmacksrichtungen für immer neue Akzente. Neben bewährten Standards können Form, Geschmack und Größe der Cerealien-Einlage wie auch die Überzüge kundenspezifisch definiert werden, ob Miniballs, Sterne oder Herzen. Durch den Einsatz spezieller Technologien werden bis zu 70 feine Schichten aus dunkler, heller oder weißer Schokolade oder auch fruchtigfarbige Überzüge auf die Cerealien aufgetragen. Nach dem Überziehen werden die Produkte in Glanzkesseln veredelt und anschließend gemäß Kundenspezifikation abgesiebt. So gewährleisten wir eine problemlose Weiterverarbeitung. Gemäß dem Centis-Qualitätsmanagement werden auch bei der Veredelung der Cerealien prozessbegleitende Proben gezogen. Erst nach finaler Freigabe werden die schokolierten Cerealien ausgeliefert. Auch hier greifen wir auf unsere eigene Centis-Flotte zurück. Zur termingerechten Anlieferung unserer Produkte in Industrie und Handel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017